Willkommen bei der Lettlich Show. Wir schauen Dienstag einmal auf die Bundestagswahl am Sonntag. Und falls du es noch nicht getan hast, dann klicke bitte unbedingt auf den Abo-Button auf die Glocke, damit dich die Show morgen auch nicht verpasst. Das wäre ansonsten echt schade, denn eines ist nach dem nächsten Sonntag klar. Jens Spahn wird auch weiterhin ein hässlicher Vollidiot sein und Angela Merkel wird definitiv nicht mehr Kanzlerin sein. Was für die eine oder andere Partei ein Problem sein wird. Wie für die Wichser von der AfD und ihrem Merkel muss weg. Und nun? Skandieren sie dann Merkel muss weg, grünes Häkchen dahinter. Was dann natürlich Quatsch wäre, denn das Häkchen wäre bei denen nicht grün, sondern braun und wäre zudem ein Hakenkreuz. Allerdings wird es ein großes Durchatmen sowohl bei der SPD und auch bei der FDP geben, dass endlich die die weg ist, die ihn immer alle ihre Ideen geklaut hat. Und damit meine ich nicht etwa die Mutter von Jens Spahn, die es nach 500 Jahren langsam leid ist, sich immer wieder ausredend auszudenken, warum Jens Spahn nicht ihr Sohn ist. Sondern Angela Merkel. Denn man kann sie hassen oder lieben. Oder sie sexy finden im Morgenmantel, den sie für ihr Alter immer noch tragen kann. Aber ab Sonntag kann es nur schlechter werden. Egal ob mit einem K… 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 Kanzler Armin Laschet oder einer Kanzlerin Annalena Baerbock. Immerhin wird es keinen Kanzler Jens Spahn geben. Zumindest nicht an diesem Sonntag. Gerade deshalb sollten wir uns am Dienstag einmal die Zeit nehmen und das in der Schau etwas genauer anschauen. Und am Dienstag und Freitag nächster Woche gibt es dann wieder aktuelle Nachrichten bei den LATELY NEWS, denn alles andere da draußen sind ja bekanntlich nur Fake News. Schöne zwei Wochen und viel Glück da draußen!